Servus und hallo zu No Man's Sky. Oder auch nichts, denn mir ist was Blödes passiert. Ich habe nach der ersten Aufnahme No Man's Sky weitergespielt, circa zwei Stunden am Stück, habe das Ganze aufgenommen und auch kommentiert. Leider hat Shadowplay gemeint, es müsste nur 13 Minuten aufnehmen. Na, dumm gelaufen. Deshalb werde ich jetzt neu anfangen. Ich werde das Ganze dann jetzt doch als Let's Play machen. Ich wollte eigentlich nie ein Let's Play machen, aber das Spiel gefällt mir und ich haue das jetzt einfach mal raus und wenn es euch gefällt, cool, freue mich. Wenn nicht, mir auch egal, ich mache es, weil mir das Spaß macht. Und weil es mir so viel Spaß macht, werde ich das Ganze auf Schwäbisch machen. Schaltet ein, wenn es euch interessiert. Wenn ihr Schwäbisch schon immer lustig fandet, dann guckt es euch an oder auch nicht. Wir sehen uns dann dort.